Ich persönlich habe noch nie geschossen, werde es gleich machen und bin sehr gespannt, wie es wird. Dann laden wir mal deine Waffe. Finger weg vom Abzug. Waffe ist wieder scharf. Du zielst jetzt auf das Reh und dann kannst du in Ruhe durchdrücken. Oh mein Gott. Dann muss mir den Bock mal ran und gucken. Könntet ihr euch vorstellen, auf ein Tier zu schießen? Oder sagt ihr so, no way? In Deutschland gibt es immer mehr Menschen mit Jagdscheinen. Sogar in Berlin nehmen die Zahlen zu. Ich habe mich gefragt, woher kommt denn diese Begeisterung fürs Jagen? Geht es wirklich um den Naturschutz und welche Rolle spielt eigentlich der Zugang zu Waffen? Um das rauszufinden, habe ich Maurice begleitet. Der macht gerade eine Ausbildung zum Jäger. So jetzt das erste Mal wirklich auf ein Wildtier zu schießen. Hast du da auch so ein bisschen Skrupel? Ich habe halt Respekt. Das ist ein Lebewesen, was ich quasi der Natur nehme für die Lebensmittelbeschaffung. Warum er den Jagdschein macht, das sieht ihr im neuen rbb24 Explainer auf YouTube. Vielen Dank.